Podiumsdiskussion auf der Polizeimesse in Münster zum Thema Fußball und Gewalt mit Diskutanten unter anderem auch des DFB, des Deutschen Fußballbundes und der Deutschen Fußballliga. Im Publikum auch zahlreiche junge angehende Polizistinnen und Polizisten, die gespannt zuhörten. Ja, weil ich Polizeianwälterin bin und später ja auch zur Netschaft gehe und auch als Polizei bei Fußballspielen dabei sein werde. Und es ist halt auch interessant zu sehen, wie das andere sehen, wie wir das sehen, was wir dann später machen können und wie wir uns davor schützen, beziehungsweise wie die Bevölkerung darauf aufmerksam machen können, dass es halt ein Fußballspiel eine öffentliche Veranstaltung ist, dass man auch mit Ruhe und Gelassenheit dahin gehen kann, dass man Spaß haben kann und nicht unbedingt immer gewaltbereit darauf reagieren muss. Die Gewalt gegen Polizeibeamte wird natürlich immer mehr, zumindest steht es öfter in den Medien und ich glaube, die Hemmschwelle der Fans wird immer geringer und deshalb wird es wahrscheinlich für uns später in der Netschaft auch ziemlich schwierig. Gewalt in unserer Gesellschaft ist ein Problem. Mangelnder Respekt gegenüber Polizeibeamten, gegenüber Lehrern und anderen Berufsgruppen ist ein Problem. Da gibt es kein Vertun. Wir haben aber kein exklusives Problem von Gewalt beim Fußball, sonst hätten wir auch nicht so eine Verdoppelung der Zuschauerzahlen seit 1990. Die gehen ja nicht dahin, weil sie Gefahrensucher sind, sondern die gehen dahin, weil sie sich dort sicher fühlen und gut bespaßt fühlen. Wir haben sozusagen den Aufwand rund um diesen unheimlich beliebten populären Sport allesamt miteinander erhöht. Wir haben eine Fußball-Weltmeisterschaft gehabt, wir haben die sichersten Stadien der Welt dafür gebaut. Die Polizei hat sozusagen auch sich stärker aufstellen müssen. Wir haben es mit den Mannstunden eben gehört. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben auch die Anstrengungen für Fanbetreuung, jetzt nur für sozialpädagogische Arbeit in den letzten 20 Jahren verfünffacht. Wir haben Fanbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, hauptamtlich, hauptberuflich bei den Clubs, die gab es 1990 noch gar nicht. Also mal so gesehen, wir haben die Anstrengungen rund um Sicherheit und Betreuung und Kommunikation in den Stadien, für die wir zuständig sind, ganz, ganz deutlich erhöht. Wir haben allerdings noch dieses Problem vor der Brust, dass wir öffentliche Sicherheit, Stadionsicherheit, dass wir da nur noch Verbesserungspotenziale haben. Aber das Thema der Diskussion ist Fußball und Gewalt. Sie haben sicherlich viel mit Fangruppen zu tun. Was würden Sie denn sagen, wie sich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren das Gewaltpotenzial der Fußballfans in Deutschland entwickelt hat? Wir haben eine ganz andere Gewalt, als wir sie ursprünglich mal hatten, wie wir sie noch definieren konnten mit Hooliganismus und ähnlichem mehr, wo wir Auseinandersetzungen mitten in den Stadien hatten. Die Stadien waren damals nicht ausverkauft, die Stadien waren auch noch nicht so, von der Sicherheitsarchitektur her, so modern. Wir haben Laufereien im Stadion gehabt. Inzwischen hat sich das Gewaltproblem ja aus dem Stadion raus verlagert. Also es kommt jetzt darauf an, wenn man einen Becherwurf, ist ja auch eine Form von Gewalt. Ist aber eine ganz andere Gewalt, als die, wenn jetzt sozusagen Hooligan-Gruppen marodierend durch Innenstädte gezogen sind. Die Gewalt um den Fußball herum hat sich verlagert, eher in dem Bereich vor dem Stadion, auf die Anreisewege. Und insofern sind unsere Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, noch sehr bescheiden. Deswegen, wir arbeiten natürlich daran, weil Modernisierung von Gewalt heißt ja auch so, dass unsere Gesellschaft modernisiert sich, stellt sich anders auf. Wir haben ein anderes Publikum beim Fußball, auch ein anderes jugendliches, rebellisches Publikum. Wir haben nicht mehr das Subproletariat, sondern was mit Stärke und Mut und Durchsetzungsvermögen, sondern sich ein Standing verschafft in der gleichaltrigen Gruppe, sondern wir haben clevere Abiturienten und Hochschüler, die dann tonangebend sind in sehr, sehr großen Ultraszenen, die auch imstande sind, sozusagen geschlossen zu agieren. Innerhalb der Stadion ist es in der Tat so, dass wir durch die bessere Infrastruktur, durch bessere Ordnungsdienste, aber auch durch bessere Polizei, bessere Möglichkeiten der Überwachung, Videoüberwachung, einen Rückgang von ganz klassischen Gewalttätigen Auseinandersetzungen haben, haben aber im Bereich Pyrotechnik und im Bereich des Werfens von Gegenständen Zuwachsraten in den letzten drei Jahren. Das hängt damit zusammen, dass die Stadien sich natürlich auch ein Stück weit verändern. Die Arenen werden moderner, das heißt, die Zuschauer rücken näher an das Spielfeld ran, diese Laufbahnen werden abgeschafft, wir bauen die Zäune ab, um ganz einfach das Erlebnisfußball ein bisschen näher und emotionaler zu gestalten. Die Frage ist jetzt, jetzt haben wir diesen Becherwerfer, der auch nicht aus dem Fanbereich, sondern von der Haupttribüne aus agiert hat, nimmt man den jetzt zum Anlass und sagt, okay, jetzt muss ich da wieder einen Zaun hochziehen. Also davon bin ich kein Freund, sondern ganz klar, mein Petitum ist, wir müssen alle die, die sich beim Fußball durch Straftaten auszeichnen, ermitteln. Wir müssen die verfolgen und zwar mit aller Härte und die auch dann auch an der Verurteilung zuführen. Das ist, glaube ich, das klassisch Abschreckende. Unsere Zahlen sagen, dass wir in der ersten und der zweiten Liga im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent an Spielen haben, bei denen es sicherheitsrelevante Vorfälle gibt im Stadion. Nur dafür sind wir zunächst zuständig. In der dritten Liga, in der Regionalliga, liegt diese Quote bei drei bis fünf Prozent. Also es gibt keine Verlagerung von oben nach unten. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir eben einen Zuschauerschnitt in der dritten Liga haben von 5.000 und in der ersten Liga von 40.000. Dass es dann natürlich insgesamt in der tatsächlichen Zahl eine Mehrzahl von Vorfällen gibt, ist auch klar. Aber diese Mehr, das sage ich ganz eindeutig, es gibt eine Verlagerung von den oberen in die unteren Ligen, die ist so nicht richtig. Und wir haben auch ein Meldesystem für die Oberliegen und die Ligen darunter. Dort haben wir über fünf Millionen Spiele ausgewertet, haben in den letzten drei Jahren über 800 ganz gravierende Vorfälle gehabt. Das sind sehr, sehr viele, mit teilweise wirklich, sage ich mal, erheblichen Folgen, mit Verletzten, mit Spielabbrüchen, Angriffe gegen Polizeibeamte. Aber bei fünf Millionen Spielen prozentual ausgedrückt sind das 0,01 Prozent. Also so gesehen, Spiegelbild der Gesellschaft ja oder nein. Also ich glaube, es ist beim Fußball weder schlimmer noch besser wie in anderen Teilen der Gesellschaft. Aber fragt trotzdem, hat das dann das Gewaltpotenzial oder das Potenzial der Aggression zugenommen? Ich glaube auch, das verneinen zu können. Wir haben in den Stadien in Deutschland 99,5 Prozent der Zuschauer, die absolut friedlich sind. Wir haben einen ganz kleinen Prozentsatz an Zuschauern, die Gewalt suchen, zum Fußballspiel gehen. Die werden auch von der Polizei in der Größenordnung 2.000, 2.500 beziffert, bundesweit, mit einer Gruppe, die sich solidarisiert, in der Größenordnung bei 8.000 anzusiedeln ist. Das ist verschwindend gering, aber die setzen sich medial dementsprechend in Szene und die Auseinandersetzungen mit der Polizei haben auch an Schärfe zugenommen. Das Feindbild hat sich in den letzten Jahren extrem verstärkt. Und so gesehen machen uns eigentlich relativ viele wenige, sage ich mal, diesen Sport ein Stück weit kaputt. Schlussfrage an den Fernbeauftragten. Wo in Deutschland, in welchem Stadion gibt es denn die besten Fans oder die friedlichsten? Bis vor kurzem hätte ich wahrscheinlich unwidersprochen St. Pauli sagen dürfen. Ich würde trotzdem nach wie vor sagen, beim FC St. Pauli ist wirklich eine tolle Stimmung nach wie vor, trotz dieses Becherwurfs. Das ist ein Einzelfall. Bei über 20.000 Menschen kann das mal passieren. Der weiß auch heute nicht mehr, warum er getroffen hat. Ich würde aber vor allen Dingen auch sagen, dass die Stimmung am Hamburger SV exzellent ist. Nicht nur, weil ich in Hamburg lange beheimatet war, sondern was mir an Hamburg so extrem gut gefällt, ist, dass die Wege zwischen heimischen und gegnerischen Fans offen sind. Das baut eine ganze Menge an potenzieller Konfrontation ab. Das heißt, die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen heimischen und gegnerischen Fans sind exorbitant gut. Das heißt, die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen heimischen Fans sind in der Nähe von 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 Vielen Dank.